Bayern München Bayern München kann schon am Sonntag im Auswärtsspiel bei RB Leipzig 28. Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern. Erst einmal in der Historie der Bundesliga, 2013-2014, fiel Entscheidung schon am 27. Spieltag. Allerdings sind Bayern auch bei einem eigenen Sieg auf Schützenhilfe angewiesen. Bayern München wird bei einem Siegmeister, wenn weder Schalke 04 in Wolfsburg noch Borussia Dortmund gegen Hannover gewinnt, noch nicht Meister, wenn entweder Schalke oder Dortmund gewinnt. Bayern München wird bei einem Römi. Punkt auf keinen Fall vorzeitig Meister, da der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger maximal 21 Punkte betragen würde, in sieben Spielen theoretisch noch aufgeholt werden können die Liste der Bundesligaspieltage mit der jeweiligen Titelentscheidung. Siebenundzwanzigster Spieltag 2013 Vierzehntel Hertha BSC Bayern München 1 zu 3 Achtundzwanzigster Spieltag 2012 Dreizehntel Eintracht Frankfurt Bayern München 0 zu 1 Dreißigster Spieltag 1.972, 73, Bayern München 1. FC Kaiserslautern 6 zu 0 2002, 03, VfL Wolfsburg Bayern München 0 zu 2 2014, 15. Bayern München Hertha BSC 1 zu 0 31. Spieltag 1987 88, Eintracht Frankfurt Werder Bremen 0 zu 1 1998, 99, Bayern München Hertha BSC Berlin 1 zu 1 2004, 05 Erste FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern Bayern München 0 zu 4 2007, 08, VfL Wolfsburg Bayern München 0 zu 0 2016, 17. VfL Wolfsburg Bayern München 0 zu 6 32. Spieltag 1963 64 Erste FC Köln Borussia Dortmund 5 zu 2 1968, 69, Bayern München Kickers Offenbach 5 zu 1 1986, 87, Bayern München Bayer Uerdingen 2 zu 2 1988, 89, Bayern München Bayer Uerdingen 5 zu 0 1989, 90, Bayern München FC Sankt Pauli 1 zu 0 2003, 04, Bayern München Werder Bremen 1 zu 3 2010, Elftel Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg 2 zu 0 2011, Zwölftel Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 2 zu 0 33. Spieltag 1967 68, Bayern München Erste FC Nürnberg 0 zu 2 1969, 70, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV 4 zu 3 1973, 74, 74, Bayern München, Kickers Offenbach 1 zu 0 1974, 75, Borussia Mönchengladbach 1. Braunschweig 2 zu 0 1975, 76, Kickers Offenbach, Borussia Mönchengladbach 1 zu 1 1978, 79, Arminia Bielefeld, Hamburger SV 0 zu 0 1980, 81, Borussia Mönchengladbach, Bayern München 1 zu 4 1995, 96, 1860, München, Borussia Dortmund 2 zu 2. 1. 1996, 97, 97, Bayern München, VfB Stuttgart 4 zu 2 1997, 98, 1. 1. FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart 4 zu 0 2005, 06, 1. FC Kaiserslautern, Bayern München 1 zu 1, 2015, 16. FC Ingolstadt, Bayern München 1 zu 2, 34. Spieltag, 1964, 65, 1. 1. FC Nürnberg, Werder Bremen 2 zu 3 1965, 66, 1860, München, Hamburger SV 1 zu 1, 1966, 67, Eintracht Braunschweig 1. 1. FC Nürnberg 4 zu 1, 1970, 71, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach 1 zu 4, 1971, 72, Bayern München, Schalke 0 4 5 zu 1, 1976, 77, Bayern München, Borussia Mönchengladbach 2 zu 2, 1977, 78, FC St. Pauli 1. FC Köln 0 zu 5, 1979, 80, Bayern München, Eintracht Braunschweig 2 zu 1, 1981, 82, 82, Hamburger SV, Karlsruher SC 3 zu 3, 1982, 83, Schalke 04, Hamburger SV 1 zu 2, 1983, 84 und 2. FC Köln 05, 2018, BJ Schalke 04, 2021, 27, 2018, 27, beatingen St.